Morgen, Gary. Na, was mache ich heute mit Patrick? Genau, wir gehen Quallen fangen und dann machen wir eine Schlacht. Ja? Oh, hi, SpongeBob. Ich will mit der Quallen fangen gehen. Ja! Was machen wir schon wieder? Wir gehen Quallen fangen. Wozu? Ah, wo sind denn Patrick und SpongeBob? Ach, da. Darf ich auch mal fischen gehen? Natürlich, Kumpel. Gute Arbeit, Patrick. Aber sie haben mir dafür wehgetan. Das haben wir wieder. Ja! So, dann werfen wir mal eine Qualle in Thaddeos Fenster. Ja, machen wir das jetzt mal. Anheben, zielen, Feuer! Ei! Ich komme jetzt runter! Na, wartet, ich hole meinen Katapult. Ach, hier ist er. Patrick, geht's dir gut? Ja. Ha, ha, ha. Hä? Ha, ha, ha. Zzzz. Ha, ha, ha. Später. SpongeBob! 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 Untertitelung des ZDF, 2020